Ohm wie ökologisches Trassenmanagement. Nach dem Bau einer Stromleitung kann die umgebende Fläche der Natur wieder zur Verfügung gestellt werden. Mit dem ökologischen Trassenmanagement erhalten die freigewordenen Flächen einen neuen und langfristigen Nutzen für Tiere und Pflanzen. Gleichzeitig muss die Sicherheit der neuen Leitungen gewährleistet sein. Bei Freileitungen dürfen umstürzende Bäume nicht die Leitungen beschädigen oder Äste in den Bereich der Leiterseile hineinwachsen. Erdkabeltrassen müssen komplett von tiefwurzelnder Vegetation freigehalten werden. Um sowohl den ökologischen als auch den technischen Anforderungen gerecht zu werden, gibt es verschiedene Pflegekonzepte. Je nachdem, welche Funktion der Lebensraum an der Trasse erfüllen soll, können Wiesen, Wälder oder ein Sumpf geschaffen bzw. gefördert werden. Ein ökologisches Trassenmanagement wird aber auch durch abgestufte Waldränder oder Niederwälder erreicht. Sie schützen unter anderem in der entstandenen Schneise vor Wind und Sonne und können auch ganz neue, strukturreiche Lebensräume schaffen. Beispielsweise kann das bei der Pflege regelmäßig angefallene Holz zu Holzstapeln aufgeschichtet werden. Dieses Totholz dient unter anderem als Nahrung, Unterschlupf, als Brutplatz oder zum Überwintern. Über 8000 Pflanzen, Tier- und Pilzarten sind im Totholz beheimatet. Von dem Reichtum an Insekten und Kleintieren profitieren wiederum größere Arten wie Vögel oder Fledermäuse. Ohm wie ökologisches Trassenmanagement. Nach dem Bau einer Stromleitung kann die umgebende Fläche der Natur wieder zur Verfügung gestellt werden. Mit dem ökologischen Trassenmanagement erhalten die freigewordenen Flächen einen neuen und langfristigen Nutzen für Tiere und Pflanzen. Gleichzeitig muss die Sicherheit der neuen Leitungen gewährleistet sein. Bei Freileitungen dürfen umstürzende Bäume nicht die Leitungen beschädigen oder Äste in den Bereich der Leiterseile hineinwachsen. Erdkabeltrassen müssen komplett von tiefwurzelnder Vegetation freigehalten werden. Um sowohl den ökologischen als auch den technischen Anforderungen gerecht zu werden, gibt es verschiedene Pflegekonzepte. Je nachdem, welche Funktion der Lebensraum an der Trasse erfüllen soll, können Wiesen, Wälder oder ein Sumpf geschaffen bzw. gefördert werden. Ein ökologisches Trassenmanagement wird aber auch durch abgestufte Waldränder oder Niederwälder erreicht. Sie schützen unter anderem in der entstandenen Schneise vor Wind und Sonne und können auch ganz neue, strukturreiche Lebensräume schaffen. Beispielsweise kann das bei der Pflege regelmäßig angefallene Holz zu Holzstapeln aufgeschichtet werden. Dieses Totholz dient unter anderem als Nahrung, Unterschlupf, als Brutplatz oder zum Überwintern. Über 8000 Pflanzen, Tier- und Pilzarten sind im Totholz beheimatet. Von dem Reichtum an Insekten und Kleintieren profitieren wiederum größere Arten wie Vögel oder Fledermäuse. Ohm wie ökologisches Trassenmanagement Nach dem Bau einer Stromleitung kann die umgebende Fläche der Natur wieder zur Verfügung gestellt werden. Mit dem ökologischen Trassenmanagement erhalten die freigewordenen Flächen einen neuen und langfristigen Nutzen für Tiere und Pflanzen. Gleichzeitig muss die Sicherheit der neuen Leitungen gewährleistet sein. Bei Freileitungen dürfen umstürzende Bäume nicht die Leitungen beschädigen oder Äste in den Bereich der Leiterseile hineinwachsen. Erdkabeltrassen müssen komplett von tiefwurzelnder Vegetation freigehalten werden. Um sowohl den ökologischen als auch den technischen Anforderungen gerecht zu werden, gibt es verschiedene Pflegekonzepte. Je nachdem, welche Funktion der Lebensraum an der Trasse erfüllen soll, können Wiesen, Wälder oder ein Sumpf geschaffen bzw. gefördert werden. Ein ökologisches Trassenmanagement wird aber auch durch abgestufte Waldränder oder Niederwälder erreicht. Sie schützen unter anderem in der entstandenen Schneise vor Wind und Sonne und können auch ganz neue, strukturreiche Lebensräume schaffen. Beispielsweise kann das bei der Pflege regelmäßig angefallene Holz zu Holzstapeln aufgeschichtet werden. Dieses Totholz dient unter anderem als Nahrung, Unterschlupf, als Brutplatz oder zum Überwintern. Über 8000 Pflanzen, Tier- und Pilzarten sind im Totholz beheimatet. Von dem Reichtum an Insekten und Kleintieren profitieren wiederum größere Arten wie Vögel oder Fledermäuse.